Herr Präsident, Herr Finanzminister, Herr Sozialminister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Tribüne und zu Hause vor den Fernsehschirmen kommen noch kurz zu Tagesordnungspunkt 26 und 27. Tagesordnungspunkt 27, eingebracht von der Kollegin Schwendner, hat sich erledigt, Herr Bundesminister hat das ja gerade schon erwähnt, gestern wurde der Beschluss gefasst, dass die Sozialversicherungsbeiträge des Bundes nach wie vor gesichert sind für die Mindestsicherungsbezieher und zu Tagesordnungspunkt 26, der sich mit der Mindestsicherung beschäftigt und wo ja die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Ich sage halt auch dazu, man muss auch da wirklich der Realität ins Auge schauen. Wenn wir wissen, wie die Mindestsicherung eingeführt wurde, unter Voraussetzungen, die mit heute überhaupt nicht vergleichbar sind, wir sind in der Vollbeschäftigung gestanden, das Thema Flüchtlinge war überhaupt nicht auf dem Tisch und ich glaube, diese Vorschläge, die die Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich gebracht haben, das ist meines Erachtens auch der richtige Weg. Wo zu helfen ist, ist zum Helfen, das ist ganz klar, wo zu helfen ist, ist zu helfen, aber wir haben auch auf die andere Gruppe zu schauen, die dieses System finanzieren. Und wenn wir europaweit schauen, wie die Sozialleistungen für diesen Bereich vorhanden sind, Frau Kollegin Schwendner, da brauchen wir uns in Österreich nicht schämen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und ich möchte jetzt etwas noch dazu sagen, Frau Schwendner, ich komme aus einem Bezirk. Wir erfüllen die Quote der Asylanten genauso wie jeder andere. Und sobald die Asylanten, hören Sie mal zu, sobald die Asylanten bei uns, die Asylsuchenden, auch den Asylwerber, auch Asylstatus erreicht haben, dann sind sie weg. In unserem Bezirk bleibt niemand. Wir sind auch ein Tourismusbezirk. Wir suchen auch Arbeitskräfte. Wir suchen Abwäscher. Viele von diesen Leuten hätten die Möglichkeit, auch in eine Abwasch zu gehen und dort ihre Leistungen auch zu machen. Warum gehen 56 Prozent nach Wien? Warum bleiben sie nicht dort? Und warum müssen wir beim Arbeitsmarkt wieder nach Ungarn gehen, dass wir Abwäscher bekommen? Und warum ist es nicht zumutbar, dass wir auch in dem Bereich, wenn schon Schutz geboten wird, wenn Hilfe geleistet wird, ist auch Arbeit zu leisten, das sage ich ganz klar. Und wie gesagt, diese Gratwanderung, ganz klar, die ÖVP steht, es ist zu helfen, wo zu helfen ist. Aber eines muss auch klar sein. Das System, so wie es am Tisch liegt, ist außer Lot gegangen. Und so ist es nicht finanzierbar, so ist es nicht gerecht für diejenigen Menschen, die dafür sorgen, dass wir ein herzeigbarer Sozialstaat in Europa und auf der ganzen Welt sind. Dankeschön.